Die Umsatzsteuersonderprüfung ist ein Unterfall der Betriebsprüfung. Hier geht es nur um Umsatzsteuer, das heißt in der Prüfungsanordnung steht auch schon drauf, dass es nur Umsatzsteuer geht und dann werden die bestimmten Prüfungszeiträume festgelegt. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei der Betriebsprüfung und vielleicht kann man das so sagen, wenn das Finanzamt nur entweder nur ein Jahr prüft oder nur eine Steuerart prüft, liegt entweder nur da ein Problem oder es ist vielleicht so ein bisschen ein Vorprüfer, der mal schauen soll, wie läuft denn der Betrieb, wie funktioniert der Betrieb und dann kann man sich überlegen, wie wird die Kasse betrieben, wie werden andere Sachen ausgeführt und wenn der den Eindruck hat, da passt alles, da braucht man nicht weiter prüfen, dann prüft er eben das, was gemäß Prüfungsanordnung hier zu prüfen ist und das war es und wenn der denkt, oh da stimmt aber noch manches andere nicht, dann können sie davon ausgehen, dass dann die allgemeine Betriebsprüfung hinterherkommt, dass die nachzieht und dann auch hier eine Prüfungsanordnung erlassen wird. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, wie bei jeder anderen Prüfung auch, dass es Erweiterungen gibt, das heißt Zeiträume davor und danach kommen mit hinzu, sodass also hier entsprechend noch mehr Zeiträume hinzukommen können. Das, was nicht funktioniert bei der Umsatzsteuersonderprüfung, der kann nicht umsteigen auf eine weitere Prüfung, dass er noch andere Steuerarten prüft, der bleibt, der Umsatzsteuersonderprüfer, der Umsatzsteuersonderprüfer bleibt bei seiner Umsatzsteuer, aber er kann eben seine Kollegen verständigen, dass hier einiges noch im Argen ist und das dann eben mehr geprüft werden soll. Wenn der zu viele Punkte feststellt, die falsch sind, dann kann der natürlich auch sagen, dass man die Steuerfahndung braucht. Das wird er dem Steuerpflichtigen erstmal nicht erzählen, sondern wird natürlich sagen, ich brauche noch ein paar Tage oder ich komme in ein paar Tagen wieder. Wird also eine nette, charmante Erklärung finden, worum er jetzt gehen muss, bespricht das dann mit der Bußgeld- und Strafsachenstelle und der Steuerfahndung. Die werden in Windeseile einen Durchsuchungsbeschluss beantragen und dann kommt vermutlich unser Umsatzsteuersonderprüfer zusammen mit der Steuerfahndung ein paar Tage später und dann wird eben alles das abgeräumt, wenn er der Auffassung ist, dass ein entsprechender Anfangsverdacht besteht. Sie werden leider dazu erstmal nicht angehört. Sie bekommen das alles nicht mit und Missverständnisse des Prüfers können Sie auch dann nicht aufklären, sondern selbst wenn der dann mitkommt ein paar Tage oder ein paar Wochen später mit der Steuerfahndung, können Sie nicht sagen, warum haben Sie nicht was gesagt. Das heißt, sagen können Sie es natürlich schon, aber dann ist das Kind natürlich in den Brunnen gefallen. Der kommt dann zusammen mit seinen Kollegen von der Steuerfahndung und vollzieht dann den Durchsuchungsbeschluss und dann hilft alles W und Acht nicht und wenn Sie dann sagen, hätten Sie doch mal gefragt, hätten wir es klären können, ist an der Stelle jedenfalls zu spät. Sie werden nach meinen Beobachtungen es niemals schaffen, die Steuerfahndung, die sozusagen jetzt im Galopp ist, die jetzt den Durchsuchungsbeschluss vollziehen will, Sie werden es niemals schaffen, die zu bremsen, sondern die tun jetzt erstmal ihre Pflicht, die sacken alles ein, die nehmen alles mit, achten Sie auf ein richtiges Beschlagnahmeverzeichnis, das alles erfasst ist und dann muss man eben später sehen, wie man den Fall verteidigen kann. Aber wenn Sie jetzt mit der Steuerfahndung oder mit dem Umsatzsteuersonderprüfer sprechen und sagen, hier, ich erkläre Ihnen das und das ist so und so und so, ich habe wie gesagt noch nie erlebt, dass die dann sagen, ach ja, entschuldigen, tut uns leid, dann gehen wir wieder oder sowas. Das ist nicht realistisch. Von daher ist es in dem Moment tatsächlich sinnvoll, dass Sie schweigen und das eben durchlaufen lassen und dann muss man, wenn die dann abgezogen sind, wenn die Ihnen dann den Durchsuchungsbeschluss dargelassen haben in Kopie und das Beschlagnahmeverzeichnis, dann muss man danach versuchen, das Ganze wieder in geordnete Bahnen zu lenken.